Paschavasana ist eine Variation von Yoga Mudrasana. Angelina zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist eine beliebige kreuzbeinige Stellung. Angelina ist gerade in Muktasana. Es geht auch aus Padmasana, Siddhasana, Muktasana, Swastikasana oder anderen kreuzbeinigen Stellungen. Von hier halte die Hände auf dem Rücken. Entweder die Hände gefaltet oder fasse an die Handgelenke von innen oder von außen. Und dann beuge dich nach vorne, bis der Kopf auf den Boden ist. Lass dabei die Hand rücken oder die Unterarme am Rücken und atme gleichmäßig ein und aus und genieße die innere Ruhe. Untertitelung des ZDF, 2020